UNTERTITELUNG Die Ehre der Menschen ist vorüber. Ich werde nicht darauf warten, dass er uns töten. Aber ich werde ihn nicht wegschicken. Der fette Hobbit wird ihn dir wegnehmen wollen. Vor den Mauern von dem Spirit wird sich also das Schicksal des Zeitalters entscheiden. Die Ehre der Menschen ist vorüber. Die Zeit der Orts ist gekommen. Doch nicht, dass wir trotz werden wir in der klassenen Gegend reden. Die ehre der Menschen sind in der eigenen Zeit von der Peer. Der in der DDR wird sein. Der in die Richtung will sein. Der in der DDR wird sein. Der in der DDR wird sein. Das ist mein Dich von mir. Das ist mein Dich von mir. Wisst ihr nicht, dass wir hier im Krieg sind? Wir werden Frieden haben, wenn man euch gerechnet hat für die Feuersprünfte in Westpol und für die Kinder, die dort ihr Leben ließen. Wir werden Frieden haben, wenn das Leben der Soldaten, die vor den Kurven der Hornwurz verhackt wurden, nachdem sie schon tot waren, gerecht ist. Wenn wir an einer Seite kommen, zum Verlust eurer eigenen Krähen, dann haben wir Frieden.